Die DKB hat ihre Gebühren für Neukunden angepasst und bittet nun auch die Bestandskunden, den neuen Gebühren zuzustimmen, damit diese zum 01.01.2024 auch für die Bestandskunden gültig werden. Welche Gebühren angepasst werden und was sogar günstiger wird, erfährst du in diesem Video. Wenn du ein Depot bei der DKB besitzt, hast du eventuell schon mitbekommen, dass dich die DKB nach deiner Zustimmung zu den neuen Gebühren des DKB-Depots gefragt hat. Denn die DKB hat vor kurzem ihre Gebühren für das DKB-Depot für Neukunden angepasst und möchte diese neuen Gebühren nun auch bei den Bestandskunden ab dem 01.01.2024 anwenden. Hierfür braucht die DKB aber die Zustimmung der Bestandskunden, da die neuen Gebühren sonst nicht angewendet werden können. Aber welche neue Gebühren kommen nun auf dich zu? Das Gute erst einmal zu Beginn. Die Depotführung bei der DKB wird auch weiterhin kostenlos bleiben. Allerdings ändern sich die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren und zum Teil auch bei Aktiensparplänen. Bisher waren die Gebühren beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren primär davon abhängig, ob du an Handelsplätzen im Inland- oder Ausland tätig warst, beziehungsweise Fonds über die Fondsgesellschaften gekauft oder verkauft hast und wie hoch das entsprechende Ordervolumen war. Entweder unter 10.000 Euro oder über 10.000 Euro. Dieses Vorgehen wurde nun etwas angepasst, denn die Gebühren für eine Order setzen sich nun aus einem Orderentgelt, welches auf der Grundlage des Ordervolumens bestimmt wird, und dem Ausführungsentgelt, welches über den Handelsplatz definiert wird, an dem die Order aufgegeben wird. Etwaige Fremdkosten kommen wie bisher auch on top mit dazu. Das neue Orderentgelt ist nun auch in drei Ordervolumen unterteilt, und zwar für Ordervolumen bis 5.000 Euro. Hier fällt ein Orderentgelt in Höhe von 10 Euro an. In Ordervolumen größer als 5.000 Euro, hier fallen zukünftig 15 Euro an, und größer als 20.000 Euro, wo zukünftig 30 Euro an Orderentgelt anfallen. Zusätzlich dazu fällt abhängig vom Handelsplatz auch ein Ausführungsentgelt an. Der außerbörsliche Direkthandel und der Handel mit Vorgesellschaften ist hier kostenlos. Ebenfalls ist der Handel an den Handelsplätzen Getex, Quotrix und Tradegate ohne eine zusätzliche Ausführungsgebühr möglich. An den sonstigen inländischen Handelsplätzen, wie z.B. Xetra oder der Börse Stuttgart, fallen 2,50 Euro an. Wenn du an ausländischen Handelsplätzen handelst, fallen sogar 20 Euro an. Und wenn du Namensaktien kaufst, fällt hierfür zusätzlich eine Gebühr von einem Euro für die Umschreibung der Namensaktien an. Dies gilt auch bei Sparplänen. Die Gebühren für Sparpläne sind aber sonst mit 1,50 Euro je Ausführung konstant geblieben. Nur wenn du einen Sparplan auf eine Namensaktie hast, dann kostet dieser zukünftig 1 Euro mehr, wegen dem Umschreibungsentgelt für die Namensaktie. Um nun aber ein besseres Gefühl für die neuen Gebühren zu bekommen, hier ein paar Beispiele. Wenn du bisher an inländischen Ausführungsplätzen gehandelt hast, hast du für Orders bis 5.000 Euro 10 Euro Gebühren gezahlt. Bei den neuen Gebühren bleibt das auch so, wenn du im Direkthandel oder an GEDEX, Quotrix oder Tradegate handelst. Wenn du aber an einem anderen inländischen Ausführungsplatz handelst, kommen nun 2,50 Euro dazu, also dann 12,50 Euro für jede Order. Bei einem Ordervolumen von mehr als 5.000 Euro bis 10.000 Euro kostete die Order bisher ebenfalls 10 Euro. Nach den neuen Gebühren kostet diese nun entweder 15 Euro oder eben 17,50 Euro, wenn du nicht an den kostenlosen Handelsplätzen handelst. Bei einem Ordervolumen von mehr als 10.000 Euro bis 20.000 Euro ist es mit den neuen Gebühren sogar günstiger geworden. Bisher wurden hierfür 25 Euro je Order fällig, nach den neuen Gebühren werden hier 15 oder 17,50 Euro fällig. Wenn du aber ein Ordervolumen von mehr als 20.000 Euro hast, dann wird es mit den neuen Gebühren hier ebenfalls teurer. Bisher kostete diese Order 25 Euro, zukünftig entweder 30 Euro oder 32,50 Euro je nach Handelsplatz. Auch beim Handeln an ausländischen Ausführungsplätzen ändert sich die Gebühren. Musste man bisher für ein Ordervolumen bis 5.000 Euro 20 Euro zahlen, sind es zukünftig 30 Euro. Bei einem Ordervolumen von mehr als 5.000 Euro bis 10.000 Euro waren es bisher ebenfalls 20 Euro. Nach der Gebührenanpassung sind es dann 35 Euro. Bei einem Ordervolumen von mehr als 10.000 Euro bis 20.000 Euro bleiben die Gebühren identisch. Hierfür fielen bisher 35 Euro an und auch mit den neuen Gebühren bleibt es hier bei 35 Euro. Bei einem Ordervolumen über 20.000 Euro fallen aber statt der bisherigen 35 Euro dann zukünftig 50 Euro an. Was sagst du zu diesen Anpassungen? Noch im Rahmen, da ja auch nicht jede Order teurer wurde? Oder mittlerweile doch zu teuer? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und jetzt wünschen wir dir noch eine schöne Zeit und bis zu unserem nächsten Video. Ciao.